Nie. Eigentlich dürfte ja jetzt nichts mehr sein. Dennoch... Da hab ich was gesehen gehabt. Oh, okay. Das wäre natürlich eine böse Überraschung geworden, hätte der mich noch getroffen. Okay, jetzt gehe ich von hier der Seite ran. Weil da die Tür ist und da will man ja nicht direkt... Okay, da müsste irgendwo einer sein. Okay, das ist natürlich jetzt... ...ziemlich blöd. Da scheint keiner zu sein. Ja. Sehr schön. Da muss er irgendwo sein. Aber ich warte lieber... Da hinten liegt sich was. Verdammt. Jetzt müsste das Ganze doch schon einfacher gehen. Sehr schön. Da sehe ich noch einen. Okay. Der ist jetzt auch weg. Ähm. Tür war da ja irgendwie nicht. Ich muss ja wieder einen Aufzug nehmen. So, Aufzug wird benutzt. Ach, diesmal nur ein Stockwerk. Oh, da scheint Blut... Da ist Blut auf dem Boden. Ähm. Uh. Das lief jetzt nicht ganz so gut. Ähm. Okay. Dann mal anfangen mit... E in die Mission einsteigen. F ins Auto einsteigen. Drehen, hoffentlich ohne irgendeinen Polizisten zu treffen. Ups. So. Und dann... ...geht's auf zu den Chinesen. Und das hoffentlich in einer... ...relativ kurzen Zeit. Ohne großartigen Unfall. Ähm. Ups. Da sind wir schon. Ach, komm schon. Sind beide Scheinwerber am Eimer. Okay, dann... Ja, mach mal hin. Ach, was ist jetzt los? Fahren kann ich gerade im Moment auch wieder nicht. Ähm. Ähm. Das sieht gut aus. Er hat eine Knarre! Sehr schön. Ah. Das war jetzt nicht ganz so gut. Da sehe ich noch einen. Oh, jetzt schon 30 Kugeln verballert. Ähm. Ähm. Da steht noch einer. Komm schon weg da. Okay, das Blöde ist... Die haben ja wahrscheinlich keinen Kühlschrank, wo ich mir was holen kann. Das hab ich da das letzte Mal schon probiert. Ja, den Kühlschrank hat wieder... Ähm. Äh. Das ist eigentlich nicht. Vorsicht! Er ist bewaffnet! Boah. Verdammt. Du verrierst. Nicht schlecht. Was zur... Was ist denn hier ab? Hab ich da echt einen übersehen? Hm. Ich hab da anscheinend echt einen übersehen. Das ist natürlich jetzt... Äh. What the... Ach. Den Kühlschrank an der Ecke. Verdammt. Okay. Es ist alles hier recht dunkel. Ich sollte ein bisschen langsamer machen. Bis in mein Leben ich wieder mal... Er ist erledigt! Hol dir doch! Sehr schön. Ah, das sieht auch ganz gut aus. Jetzt sind die beiden schon mal wieder... Erledigt. Äh. Hier war... Da war einer. Und da unten. Scheiße bin ich gut. Sehr schön. Ansonsten war da keiner. Das bedeutet... Es geht jetzt hier weiter. Ja, komm schon. Hm. Naja, ist gut. Ach nee, das war ja auf der anderen Seite. Verdammt. Jetzt hätten die mich beinahe überrascht. Ja. Einen schon mal erwischen. Nein, auf die Seite sollte ich mich nicht stellen. Äh... 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 Sehr schön. Da ist ein Knie, das ich erwischen kann. Also... Eine Person, die ich töten kann. Wie sag ich jetzt die? Ja, jetzt ist die auch noch. Hat mich blöderweise direkt getroffen. Okay, hier war... Ach nee, hier war einer. Also mehrere. Verdammt. Noch ja, aber nie. Sehr schön. Kriecht ihr doch mal raus auf euren Löchern. Damit ich euch erschießen kann. Wäre mal... Ein freundlicher Zug von euch. Äh... Sehr schön. Gut, dann... Ist jetzt die Frage, ob da wirklich noch wer ist. Ah, die hätten schon nichts auf mich geschossen. Von daher kann ich davon ausgehen, dass da keiner mehr ist. Ähm... Okay, jetzt wird's Zeit für... Eine kleine Überraschung. Ups. Ähm... Komm, einmal nachladen. Ich bin doch da. Was wollt denn ihr? Anscheinend habe ich ihn erwischt. Das ist die Frage... Was mache ich jetzt hier? Ah, sichere Zone erreichen. Okay. Die Sache ist die... Ich werde auf meinem Rückweg wahrscheinlich noch auf... Neue Gegner treffen. Die Frage ist jetzt eben... Neue Gegner... Wo sind sie? Wenn wir nicht... Ach, stimmt ja. Wir haben ja hier den geheimen Ausgang aus dem Keller. H... Und... Klasse. 16.000 für die Zeit. Das heißt insgesamt... 50.910 für mein Gesamtkonto stand. Und das bedeutet fast 600.000 am Ende.